Was ein Dienstmann alles machen muss, ist schwer. Trotzdem sagt er immer freundlich, bitte sehr. Mit einem Koffer auf dem Rücken, einmal runter, einmal rauf. So ein Koffer, der kann drücken, speziell beim Dauerlauf. Ja, sein Dienstmann muss oft sein, ein Diplomat. Denn so mancher Auftrag ist der Delegat. Was es da so alles gibt, ist oft kein Spaß. Doch das Allerschwerste... Bitte, das war das. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese Dahlie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, gehen Sie damit zu Ramadier. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wirft man Sie dort raus. Trau Sie hundert Mal die Dahlie zur Ramadier ins Haus. Bis man Ihnen dann ein Trinken gibt und Amalie mich liebt. Was man sonst von einem Dienstmann noch verlangt und wofür er sich dann höflich noch bedankt. Springen Sie für mich ins Wasser, ziehen Sie meinen Hund heraus. Und dann tragen Sie als ein Nasser ein Klavier noch in mein Haus. Sagen Sie meiner Frau, ich komm erst morgen früh. Ach, gehen Sie heut für mich zur neunten Symphonie. Sie, Herr Dienstmann, ich bin heut schon etwas müde. Singen Sie einmal für mich das Lied. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese Dahlie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, gehen Sie damit zu Ramadier. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wirft man Sie dort raus. Du steht, dass Sie dort raus. Untertitelung des ZDF, 2020